Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal den Ablauf einer Keyword-Analyse erläutern. Wichtig ist, dass das hier jetzt ein Ablaufschema ist, welches ich für vernünftig halte. Man kann das natürlich auch jederzeit variieren. Wichtig ist nur, dass man immer das Ziel vor Augen behält. Das Ziel ist nämlich, eine klare Struktur zu entwickeln für die spätere Anzeigengestaltung, für die Kampagnen-Gestaltung in Google AdWords. Wenn Sie beginnen mit einer Keyword-Analyse, dann ist es ganz wichtig, dass Sie erst einmal Keywords sammeln. Das heißt, Sie müssen eine umfangreiche Recherche machen. Das ist die Basis einer Keyword-Analyse. Wichtig im gesamten Prozess dann, dass Sie immer versuchen, sich in die Sichtweise der Kunden hineinzuversetzen. Also versuchen, Empathie mit den Kunden zu entwickeln, damit Sie eben nah an dem sind, was die Kunden hinterher auch suchen. Als nächsten Schritt, wenn Sie eben ein großes Sammelsorium an Keywords haben, dann geht es darum, die Keywords zu gruppieren in verschiedene Themenbereiche zu clustern. Das ist wichtig, damit Sie überhaupt erst einmal aus dieser großen Wolke an Keywords eine Struktur entwickeln, die Ihnen dann hilft, eben im weiteren Vorgehen. Wenn Sie beispielsweise Damschuhe verkaufen, dann können Sie das potenziell kategorisieren in Regenschuhe, Modeschuhe, Hausschuhe. So haben Sie dann also einzelne Themenbereiche, einzelne Kategorien, die Ihnen dann später helfen eben in der Kampagnen-Gestaltung. Wenn das geschehen ist, dann haben Sie wahrscheinlich immer noch, je nachdem, wie umfangreich Ihre Keyword-Recherche war, aber wenn die gut war, dann haben Sie wahrscheinlich immer noch je Kategorie eine sehr lange Liste an Keywords. Und die Frage ist, ob Sie die alle tatsächlich auch unterbringen können im Rahmen einer Kampagnen-Gestaltung in Google AdWords. Das bedeutet, Sie müssen jetzt die einzelnen Keywords bewerten, je Kategorie. Und das machen Sie am besten dadurch, dass Sie schauen, wie ist das Suchvolumen? Also wie häufig wird der jeweilige Begriff gesucht? Und dann auch, wie oft wird er im Verlauf eines Jahres gesucht? Es gibt dazu verschiedene Analyse-Tools, die Ihnen das Ganze erleichtern. Das heißt, Sie bekommen dann eben einen Eindruck davon, wie im Verlauf eines Jahres gesucht wird. Beispielsweise bei Rasenmähern ist im Frühjahr ein großer Peak am Suchvolumen und dann zum Winter hin appt das Ganze wieder ab. So etwas muss man natürlich berücksichtigen, wenn man eine Kampagne gestaltet. Und da hilft beispielsweise das Analyse-Tool Google Trends sehr weiter. Dann ist aber auch wichtig, dass Sie den CPC, also die durchschnittlichen Kosten pro Klick für ein Keyword, dass Sie das im Hinterkopf behalten. Da hilft Ihnen der Google Keyword Planner oder aber auch andere Analyse-Tools, die im Verlauf dieses Kurses noch vorgestellt werden. Und wichtig ist dann eben auch immer zu gucken, wie nah ist eigentlich dann das jeweilige Keyword an meinem Produkt. Auch das ist wichtig zu reflektieren, denn es bringt Ihnen nichts, wenn Sie hohes Suchvolumen, geringe Klickkosten, aber dann eben ein Keyword haben, was nicht nah an dem ist, was Sie tatsächlich anbieten. Wenn Sie diese Bewertung vorgenommen haben, dann können Sie eventuell auch aussortieren und bereinigen. Bedeutet, Sie haben dann eventuell unten in dieser Liste Keywords, wo Sie sagen, die sind eigentlich vernachlässigbar, die muss ich überhaupt gar nicht in eine Kampagnengestaltung mit einbeziehen. Und wichtig ist auch, dass Sie in diesem Schritt schon einmal gucken, was könnten eigentlich Keywords sein, die ich ausschließen muss. Also Begriffe wie günstig, billig und so weiter, wenn ich eben ein High-End-Produkt anbiete, sollten dann von vornherein ausgeschlossen werden. Oder wenn ich Damenschuhe anbiete, dann sollte ich vielleicht Kinder- und Babyschuhe ausschließen. Also in die Richtung auch schon mal denken, damit man eben auch negative Keywords innerhalb einer Keyword-Kampagne, einer AdWords-Kampagne definieren kann. Und dann sollte man aber, wenn man diese relevanten Keywords hat, gucken, dass man die wieder versucht zu variieren. Dass man also zu den Keywords, die man für sehr wichtig erachtet hat, eben auch versucht, Synonyme zu finden, Flexionen, Einzahl, Mehrzahl und so weiter, damit man eben die Möglichkeit hat, auch hieraus im nächsten Schritt dann entsprechende Keyword-Phrasen zu ermitteln. Bedeutet, dass man eben dann versucht, ganze Sätze zu entwickeln. Ich habe beispielsweise Basketball und Schuhe als zwei Keywords definiert. Und dann kann ich hergehen und sagen, Rabatt, Basketball, Schuhe, Herren, Basketball, Schuhe, Basketball, Schuhe auch mal zusammengeschrieben oder getrennt geschrieben und so weiter. Das bedeutet darüber, dass ich dann die wichtigen Keywords, die Flexionen, die Synonyme habe und die einzelnen Kategorien kann ich am Ende zu einzelnen Keyword-Phrasen kommen, die ich dann integrieren kann in verschiedenen Kampagnen im Rahmen meiner Google AdWords-Kampagnen. Und dann muss ich im nächsten Schritt eben dazu übergehen und auf Basis dieser Keywords Anzeigen gestalten, die dann auch zu den Keywords passen.